wir sehen wir zum museum gucken ob da alles clean ist oder wie weit die da sind okay wir sind schon da alles klar okay so ist es hier sicher so und wir interessieren uns da so toll für die kanonen also gucken wir uns jetzt an so nur mit dem quatschen warum und die können sind noch ein bisschen schneller hier wo ist es da? hier Nicht, dass ich dich schütze, wenn du das machst. Ich habe immer noch nicht die Beste geschehen. Du hast endlich geöffnet ihr Augen über Carver und wie ein schlechtes Person er war. Das ist etwas. Ja. Clem hat einen Jacket gefunden. Das ist gut, aber nicht Greta, du weißt, dass du nicht Rebekka in eine Konfedererische Kote. Oh, ich dachte nicht, dass ich das noch nicht gedacht habe. Ich glaube, es ist besser als nichts. Oh, fertig mit Quatschen. Man redet hier einfach zu viel, ey. Du denkst, dass sie vielleicht das was über Wasser und Blankets sagen, nur um die Menschen wegzunehmen? Oh, du wirst nicht wissen, was du sprachst. Und du musst nicht mit mir kommen. Nein, ich wollte es. Keine Ahnung. Ah. Die gehen wieder so langsam, es ist... Schnauze. Sorry, ich habe vergessen, dass... Wow. Das Handy, dass da mal nichts kam. Ich habe auch so gar nicht drauf geachtet, den blöden Ton auszustellen. Mensch. Na komm, guck mal in die Kiste rein. Okay, ich stelle mal die Kiste runter, guck mal nicht rein. Geh die Tür auf. Nein, als hätte der es noch nicht versucht. Und hier... Aha. Okay, das haben wir hingekriegt, was er nicht geschafft hat. Gut. Alles klar. Hm. Merkwürdig. Obwohl er ein Kerl ist. Naja. Ja. Dann los. Ja, ist... Ach nee. Als hätten wir es ja nicht schon versucht, ne? Wie die wieder mitdenken heute. Äh... Äh... I don't want to go. Alright, I'll go. Was? Ja, dann hör doch zu labern, haltet das Ding fest, damit sie durchkriechen kann und fertig ist. Mensch, Mensch, Mensch. I'm stuck. Okay. Maybe I push from... Oh no! Ach nee, jetzt kriegt er die Tür auf einmal auf? Soll das ein Witz sein, ey? Was haben die in dem Spiel? Also, dem fehlt doch irgendwas, ey. Äh... Erst versucht das ganz normal, dann kriegt er die Tür nicht auf, aber mit Treten auf einmal. Also, die haben sie doch nicht mal. Was haben die sich dabei gedacht? Oh man, ey. Aber ihr müsst ja so Überraschungsmomente zwischendurch einbauen, weil es sonst ja sonst das Spiel an Spannung verliert. Äh... Okay, er nimmt die Große, wir nehmen die Kleine. Schaffen wir das denn? Ähm... Wir müssen das nehmen, obwohl die andere, die ist größer, die ist ne... Ich pack ab, ey. Na, was ist? Mach mal! Okay. Och nee, jetzt war die andere Flasche genauso groß wie die andere. Hm. Ähm... Ja, komm geh hin, ja komm! Ja, komm! Willst du dir das angucken? Brauchst du Waschbär? Olle Waschbär. Waschbär. Ich denke, er fuhr da drüber. Gut. Warte auf, der beißt, ne? Okay, dann lassen wir leben, der hat Familie. Wir haben Leben gerettet. Ja, wird aber auch Zeit. Die könnte ja auch so eine Flasche tragen. Das wäre sie ja nicht stark genug dafür. Also so eine Sauerei, ey. Es müssen immer die schwarzen sein, die leiden müssen, ey. Oder die großen Leute schwirren. Hä? Was ist? Kommt, bewegt euch! Na los, bewegt euch! Na los, bewegt euch! Los, kommt, geht doch da hin, wo die, äh, Rebecca oder wie die heißt. Immer diese langen... Oh Gott, there are so many! Check ahead! Make sure the way is clear! Hold it! Ja, komm schon! Ähm... Weiter, nicht stehen bleiben! Wir haben keine Wahl. Was ist da, ne? Puste alle, alter Mann! Lass es sein und geh lieber! Ja. Gut so. Könnten uns hier als Klemme sein, könnte sie sich nichts verteilen, auch noch Kenny jetzt noch zu verlieren. Weil ich den schon so lange erkenne. Hier, guck, ey, jetzt lauf doch, ey, das ist doch... Ja, nur weil es auf Kenny jetzt gewartet hat, dass bei ihm auch alles in Ordnung ist. Nee. Also da haben schon eine gute Verbindung, die zwei. Hoffentlich ist jetzt hier um die scheiß Tür offen. Jawoll! Oh! Ist doch ganz klar, was da ist, hör mal. Das sieht man doch. Hehe. Komm rein und mach die Luke dicht, Mensch. Mach das Tor zu, verdammt noch mal. Oh. Ja, dann mach da das Tor zu! Ähm, wieso denken die nicht nach? Diese Story, wohl? Ha! Ich könnte da... Help Kill Walkers, äh, help Kenny and Rebecca! Nö! Ach ja, eine ganz tolle Bratwurst, ey. Oh, ist das eine Wiese! Krampfurst, ooooh... Ich bin jetzt hier geboten, die sind nicht hier! Okay, wir stehen jetzt hier keine ohne vor, weil... Mich alleine kriegen das nicht hin, aber die könnte schwer genug sein, um die Türen... Äh... es ist sicher, es ist nicht sicher nicht hoch und soll das Witz sein? das Treue ist Deck los, räuberleiter das war ok, jetzt müssen wir das jetzt machen ja so, komm, und nochmal jawoll so, kommen wir natürlich auch jetzt auch erstmal nicht runter, aber wir sind erstmal sicher